Was passiert, wenn man seine 17 in ein Tattoo-Studio schickt? Das hier ist Molly. Molly ist eine absolute Spitzen-Schülerin und eigentlich ist sie auch ganz brav. Betonung auf eigentlich, die ganz zum Schrecken ihrer Eltern, ist Molly seit kurzem mit dem absoluten Bad Boy der Schule zusammen. Er schwänzt, stand nicht die Schule, hat gar keine Manieren und ist am ganzen Körper tätowiert, obwohl er selber erst 16 ist. Aber das Krasseste, er überredet Molly dazu, sich auch tätowieren zu lassen. Und das macht sie jetzt natürlich heimlich, mitten in der Nacht. Und wir sind auch schon vor dem Tattoo-Studio. Hier drücken wir jetzt auf das Schild drauf. Oh! Wir könnten uns auch piercen lassen. Ja, warum nicht? Let's go, Molly. Das ist übrigens ein Mord. Ah, und beim Piercing können wir selber entscheiden. Welches es wird? Wir nehmen einfach das hier. Aber jetzt kommt das Tattoo dran. Oh mein Gott, Leute, dieses Geräusch. Das Tattoo dürfen wir uns übrigens auch selber aussuchen, aber dieses Geräusch hört einfach nicht auf. Oh Gott, das ist so unangenehm. Ich mache einfach die Augen zu und wir nehmen das hier. Oh mein Gott, Leute, was habe ich getan? 3, 2, 1, das ist ihr Tattoo.